Wir gehen nun auf ein drittes und vorerst letztes Sortierverfahren ein, das sogenannte Bubble Sort. Wir kennen ja schon zwei Verfahren, das waren Selection Sort und Insertion Sort. Und um es kurz zu machen, die Grundidee von Bubble Sort ist folgende. Oder vielmehr die Grundfrage, lässt sich eigentlich ein Algorithmus zum Sortieren von Zahlen nahezu ausschließlich auf Basis dieser Swap-Funktion, die wir schon kennen, aufbauen? Gemeint ist diese Swap-Funktion also die Funktion, die die Elemente in einem Array, die an Enter und Enter-Positionen sind, gerade austauscht. Man könnte das ja so machen, immer wenn die Reihenfolge bei einem Vergleich nicht passt, Das heißt also, wenn eine größere Zahl links von einer kleineren Zahl rechts steht und wir aber eigentlich aufsteigend sortieren wollen, dann wird Swap angewendet. Ich mache mal kurz klar, wie man das vielleicht systematisiert machen kann. Nicht chaotisch, sondern Stück für Stück und warum das funktioniert. Hierzu gehen wir wieder exemplarisch vor, sortieren das exemplarisch und nehmen wieder die Zahlen 5, 2, 4, 6, 1, 3, also die natürlichen Zahlen von 1 bis 6, in nicht korrekt aufsteigend sortierter Reihenfolge und legen los. Wir stellen uns wieder das Array vor mit den Indizes von 0 bis 5. Da liegen die Zahlen erstmal in dieser Form hier drin, so wie Sie das schon kennen. Die schon sortierten Zahlen sind blau, unsortiert ist orange und dieses rosa ist für die Zahl, die wir uns gerade anschauen. Wir vergleichen immer mithilfe dieser Swap-Funktion, beziehungsweise wir wenden die Swap-Funktion an, wenn die Reihenfolge nicht passt, und vergleichen vorher, bevor wir das anwenden. Da legen wir erstmal mit den ersten beiden Zahlen los und wir sehen schon, da haben wir ein kleines Problem. Da passt es ja gar nicht. Das heißt, 5 und 2, das funktioniert nicht. 5 und 2, 5 ist größer als die 2, also wende ich die Swap-Funktion auf die beiden an, tausche die beiden. Das heißt, jetzt lande ich hier bei dieser Position und habe 2 und 5. Habe die getauscht und schaue mir jetzt die nächsten beiden Zahlen an. 5 und 4, die passen wieder nicht zusammen. Ich wende die Swap-Funktion an, tausche die beiden also, habe 4 und 5. Jetzt habe ich die nette Situation, wenn ich 5 und 6 vergleiche, da muss ich nichts tun, die bleiben gleich. Die sind ja schon in der richtigen Reihenfolge, ich wende also nicht die Swap-Funktion an. Ich schaue mir wieder das nächste Zahlenpaar an. 6 und 1 sind offensichtlich in der falschen Reihenfolge, also Swap-Funktion da drauf und die sind in der richtigen Reihenfolge. Dann die nächsten beiden Zahlen, 6 und 3. Die beiden passen nicht zusammen, also tausche ich wieder. Und jetzt kann ich zum allerersten Mal eine Zahl als bereits sortiert annehmen, nämlich diese 6. Die hat sich ja immer durchgesetzt. Die ist ab der Position hier immer weiter nach oben getauscht worden, weil alle Zahlen kleiner sind, weil 6 ja die größte Zahl ist. Ich kann also, wenn ich das auf jedes Zweierpaar so einmal anwende, auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Zahl, die ganz rechts, also am Ende des Arrays plötzlich ankommt, größer ist als alle anderen Zahlen. Insofern kann ich sie als sortiert betrachten. Im Unterschied zu dem bisherigen Verfahren ist es jetzt also so, dass wir den sortierten Zahlenbereich nicht links zu Beginn des Arrays, sondern rechts am Ende des Arrays nach und nach aufbauen. Wir sehen, das Array ist aber auch noch nicht ganz sortiert. Also legen wir nochmal von vorne los und vergleichen wieder paarweise. Ich nehme die 2 und die 4 her. Da muss ich nicht tauschen, die sind schon in der richtigen Reihenfolge. Ich nehme die 4 und die 5 her, da muss ich auch nicht tauschen. Auch alles richtig. Dann nehme ich mir die 5 und die 1 her. Da muss ich wieder die Swap-Funktion anwenden, tausche das Ganze. Jetzt habe ich also hier die 1, da die 5. Und zu guter Letzt schaue ich mir noch die 5 und die 3 an. Sie sehen, das ist auch verkehrt, also tausche ich. Jetzt habe ich die nächste Zahl. Die 5 hat sich gegen alle in diesem Bereich hier durchgesetzt. Ist die Zahl, die also bei jedem paarweisen Vergleich dann nachher gewonnen hat und somit auf jeden Fall hier an ihrer Final Destination sozusagen angekommen ist. Also hier auf jeden Fall größer ist als alle anderen Zahlen. 6 war ja schon größer als überhaupt alle vorhandenen Zahlen. Insofern habe ich die in diesem Durchgang gar nicht mehr angefasst. Jetzt gehe ich davon aus, dass der sortierte Bereich aus diesen beiden Zahlen besteht. Und ich sortiere den Rest, der ja immer noch nicht ganz fertig sortiert ist, indem ich wieder alles paarweise vergleiche. 2 und 4, das passt soweit. 4 und 1 ist ein Problem. Da muss ich tauschen. Mache also 1 und 4 draus. Jetzt habe ich 4 und 3 als nächsten Zweiervergleich. Passt auch nicht. Tausche ich wieder die Zahl, die hier am Ende des gerade noch unsortierten Bereichs jetzt steht. Wenn ich alle Zweiervergleiche einmal durch habe, ist auf jeden Fall größer als alle Zahlen, die hier stehen. Somit auch als sortiert anzusehen. Das wiederhole ich so lange, bis alles irgendwann mal durch ist. 2 und 1, da muss ich tauschen. 2 und 3, das kann ich so stehen lassen, kann die 3 also als sortiert betrachten. Und zu guter Letzt noch den Vergleich 1 und 2, kann ich so stehen lassen, kann also insgesamt die 2 und somit auch die 1 als allerletzte Zahl als sortiert betrachten. Und auch das gesamte Array als sortiert betrachten. Also schon mal wichtigste Notiz. Der sortierte Bereich baut sich nach und nach rechts am Array auf, nicht links wie bei den anderen Verfahren. Und wir haben eigentlich immer nur mit einem Vergleichen von zwei Zahlen und einer gegebenenfalls dem Anwenden einer Swap-Funktion an dieser Stelle gearbeitet. Wir haben also gar nicht so viele komplizierte Strukturen im Algorithmus gebraucht. Das zeigt sich gleich nochmal am Pseudocode, der dann etwas weniger umfangreich sein wird. Wir halten einmal fest, dieses Verfahren nennt sich Bubbles-Sort. Wie funktioniert das Verfahren allgemein? Wie kann man das beschreiben, wenn wir unsere Erkenntnisse entsprechend festhalten? Hier ist nochmal das, was wir gerade nach und nach gebaut haben. Wir haben gesehen, es findet immer ein paarweiser Vergleich statt. Ist die Rangordnung innerhalb dieser kleinen Zweierblase, daher kommt der Begriff Bubble, Englisch Blase, falsch, wird entsprechend mit der Swap-Funktion getauscht. Und somit wandert die aktuell größte unsortierte Zahl ständig weiter nach rechts. Die, wenn sie irgendwann ganz rechts angekommen ist, wird als sortiert betrachtet. Und wenn man das eben so oft wiederholt, wie es insgesamt Zahlen gibt, ist das Array garantiert sortiert. Das Verfahren kann man ganz gut visualisieren, wenn man sich das einmal so vorstellt. Wir haben von hier links ganz viele farbig markierte Zahlen. In diesem Fall mal die Zahlen von 1 bis 10. Die sind offenbar unsortiert, wenn man die von oben nach unten abschreitet. Und dann wird jeweils paarweise ein Vergleich durchgeführt. 9 und 4, falsche Rangordnung, also überschneiden sich hier diese beiden Linien. Das ist die Linie, die die Position der 9 die ganze Zeit darstellt. Das ist die Linie, die die Position der 4 die ganze Zeit darstellt. Dann wird die nächste, das nächste Bubble, die nächste Blase verglichen. 4 und 8, das passt, da wird nicht getauscht. 8 und 3 ist wieder ein Problem als nächstes. Da muss getauscht werden und entsprechend haben wir dann also hier diesen Tausch. Die 3 geht plötzlich hier hin und so weiter. So kann man sich das alles der Reihe nach vorstellen. Und wenn man mal schaut, haben wir insgesamt, bis alles am Ende sortiert ist und man jede Zahl einmal komplett verfolgen kann, wie sie gegebenenfalls mal nach oben, mal nach unten im Array wandert bis zum Ende, 14 einzelne Tauschoperationen gebraucht. In jeder grau hinterlegten Spalte hier ist immer nur ein Tausch drin. So ist das Diagramm gemacht. Also mit 14 einzelnen Swap-Anwendungen ist am Ende alles sortiert worden. Das sieht erstmal sehr effektiv, sehr effizient aus. Wie versprochen, ein Blick in den entsprechenden Pseudocode. So kann ich das Ganze beschreiben. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Swap-Funktion so wie in den anderen Verfahren bisher, wo wir sie gebraucht haben, implementiert ist. Also genau so zum Austausch der beiden Elemente n und m. Und jetzt gehe ich einfach der Reihe nach durch. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, dass man vom größten gedanklich, also von der Zahl, die am Ende als sortiert betrachtet wird, ganz rechts am Rand, runter geht der Reihe nach, bis nur noch ein einziges Element da ist. Und jedes Mal schauen wir uns alle noch nicht sortierten Zahlen an, gehen da mit dem Index j von 0 bis i-1 durch und tauschen immer zweier Pärchen. Wenn aj größer ist als aj plus 1, die Reihenfolge lokal in dieser Blase also nicht passt, wird der Swap angewendet. Und wenn diese beiden Schleifen durchgelaufen sind, wird das Array in sortierter Form zurückgegeben. Wir brauchen also tatsächlich nicht viel Code hier für diesen Algorithmus BubbleSort, der wie alle anderen Sortieralgorithmen hier erstmal eine unsortierte Liste A übergeben bekommt. Wir können also festhalten, charmant an BubbleSort ist vor allem, dass sich der entsprechende Algorithmus wie hier im Pseudocode vergleichsweise, im Vergleich zu den anderen Verfahren, knapp darstellen lässt. Wir machen auch hier nochmal ein klein bisschen die Lupe drauf und schauen uns das wieder im Detail an. Hier ist nochmal der BubbleSort-Algorithmus ohne die Swap-Funktion und da ist das, was wir getan haben. Wir gehen also wirklich von diesem i ganz nach oben, also n-1 bis 1, nach und nach runter und i dient sozusagen immer als oberstes Limit für die innere Fürschleife. Das heißt, wir schauen uns dann ganz am Anfang erstmal alle an, vergleichen die beiden miteinander, j und j und j plus 1, dann wieder j und j plus 1, j und j plus 1, j steigt jedes Mal ja um einen Wert auf und immer dann, wenn es nicht passt, wird entsprechend getauscht, so wie hier zum Beispiel. Ist das passiert, gehen wir hier ein Element weiter runter, sind also dann bei n-2, weil die sechste hier jetzt als Sortiertbild und machen da drin wieder genau das Gleiche nach und nach. So lässt sich dieser Code hier an dieser Stelle erklären. Das Tolle an BubbleSort ist, es verbessert die Lösung, also das Array, sukzessive, Schritt für Schritt. Das ist so ein bisschen wie beim Newton-Verfahren. BubbleSort ist also ein Algorithmus, der die Lösung, in diesem Fall, wie gesagt, ein Array, dessen Sortierung angestrebt wird, schrittweise optimiert, so wie das Newton-Verfahren eine Nullstellenlösung nach und nach optimiert und jedes Mal etwas besser macht. Das kann man sich mit folgender Animation gut vor Augen führen. Wir haben hier Zahlen, die unsortiert sind und die Größe der Zahl wird durch die Höhe der Säule dargestellt. Wir haben also hier verschiedene Zahlen, das sind die Größten, das sind die Kleinsten, die sind offensichtlich unsortiert. Und jetzt fahre ich die paarweise ab und die, die ich mir anschaue, die sind gleich immer rot dargestellt. Was ich also jetzt an dieser Stelle mache, ich gehe die alle durch und immer wenn die Reihenfolge lokal nicht passt, tausche ich die beiden. Das sehen Sie immer mal wieder, tauschen zwei Säulen. Bin ich durch, ist der letzte sortiert. Wir sehen, die größte Säule ist ganz offenbar hier. Ich gehe das immer weiter durch, tausche immer und Sie sehen, mit jedem Durchgang werden die Daten sozusagen in Anführungsstrichen etwas sortierter. Es nimmt immer mehr die Form an, aufsteigend eine Treppe, die es eigentlich sein sollte in jedem Durchgang, bis das Ganze irgendwann fertig sortiert ist. So, da haben wir es. Und jetzt haben wir wirklich eine aufsteigende Treppe. Alle Zahlen sind entsprechend sortiert. Wir können dann noch eine kleine Optimierung vornehmen. Und zwar machen wir das so. Wenn man das beobachtet, sind oft alle Elemente schon sortiert, bevor die äußere Fürschleife jedes Element einmal durchlaufen ist. Also bevor diese Schleife hier wirklich jedes Mal komplett durchgelaufen ist, wenn man das beobachtet. Weil dieser Algorithmus tatsächlich mit relativ wenigen Swaps im Regelfall auskommt. So, dass die theoretische Höchstzahl gar nicht erreicht wird. Was man jetzt machen kann, um das zu verbessern, man kontrolliert einfach mit einer binären Variablen, die also in Wahrheitswert war oder falsch oder auch numerisch 0 oder 1 annimmt, die ich mal swapped getauft habe. Und wenn es einen Durchgang ohne Vertauschen gab, das heißt, wenn quasi alle Zahlen somit eigentlich in richtiger Reihenfolge sein müssen, dann bricht das Verfahren ab, da dann ja offenbar alles sortiert ist. Das heißt, ich habe diesen Algorithmus wie folgt umgebastelt. Der sieht jetzt wieder ein bisschen größer aus. Ich habe die äußere Für-Schleife in eine fußgesteuerte Solange-Schleife geändert. Also Solange ohne Bedingung bis, das gehört hier zu dem Solange-Teil, Swapped gleich falsch ist. Jetzt mache ich folgendes. Ich hole mir wieder die Länge des Arrays hier raus, setze i auf n-1, so wie es hier auch losgeht. Und ganz am Anfang gehe ich davon aus, ich habe keinen Tausch durchgeführt. Dann mache ich alles wie links in dem kürzeren Pseudocode dargestellt, gehe der Reihe nach durch, vergleiche immer und wenn die Reihenfolge nicht passt, führe ich einen Swap aus. Wenn ich einen Swap ausgeführt habe, merke ich mir das und setze den auf wahr. Dann reduziere ich i um 1. Das passiert ja, weil ich keine Für-Schleife außen mehr habe, nicht von alleine, sondern ich muss das einmal separat hinschreiben. Dann überprüfe ich, ob ich einen Swap ausgeführt habe. Habe ich ja in diesem Fall. Das heißt, bis Swap gleich falsch ist, ist auf jeden Fall noch nicht erfüllt als Bedingung. Ich gehe wieder hier hoch und gehe nochmal alle Zahlen durch, habe mein i aber um 1 reduziert, das heißt, ich habe mindestens eine Zahl, die sortiert ist hinten im sortierten Bereich plötzlich mehr und ich gehe das Ganze wieder entsprechend durch. Das mache ich so lange, bis ich irgendwann keinen einzigen Tausch mehr hatte. Wenn ich keinen einzigen Tausch mehr hatte, ist alles auf jeden Fall in seiner richtigen Reihenfolge. Sonst hätte ich ja getauscht. Das heißt, es wird nicht dazu kommen, dass Swap gleich wahr wird. Dieses Swap gleich falsch bleibt offenbar bestehen und ich breche ab. Somit spare ich mir einige Leerdurchläufe dieser äußeren Schleife, die gerade hier noch eine Fürschleife war, die jetzt hier eine fußgesteuerte, so lange Schleife geworden ist und spare somit insgesamt etwas Aufwand. Wir wollen das hierbei belassen und fassen nochmal kurz alles zusammen. Bubble Sort, haben wir gesehen, funktioniert nahezu ausschließlich durch Anwenden dieser Swap-Funktion und der Pseudocode des Verfahrens, wenn man es jetzt nicht verbessert, ist hierdurch vergleichsweise einfach aufgebaut. Die einzelnen Paare, die der Reihe nach verglichen werden, sind die namensgebenden Bubbles, also die Blasen, in denen zwei Appärchen, bestehend aus zwei Appärchen, wo jeweils getauscht wird und die Lösung des Algorithmus wird offenbar iterativ immer besser, wie beim Newton-Verfahren, was wir mit den Säulen gesehen haben, sodass das Zahlen-Array in jedem Durchlauf etwas sortierter wird. Und letzten Endes das Verfahren selbst kann man etwas optimieren, haben wir auf der letzten Pool hier gesehen, in dem man die letzten Schleifendurchläufe, bei denen nichts mehr vertauscht wird, durch Einführen einer Variable Swap unterlässt, in dem eben vorher der ganze Algorithmus durch das Herausspringen aus der äußeren Schleife beendet wird. Das war es soweit. Bis zum nächsten Mal.